Holz ist einer der wenigen natürlichen Rohstoffe, der erneuerbar, recycelbar, biologisch abbaubar und wiederverwendbar ist. Von allen natürlichen, im Bau verwendeten Rohstoffen erfordert es in der Verarbeitung den geringsten Energiebedarf. Darüber hinaus speichert es das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid in seinen Fasern. Nicht nur durch seine Farbe ist Holz mit Abstand der schönste und umweltfreundlichste Baustoff. Durch seine verschiedensten Eigenschaften und Qualitäten sticht Holz mit all seiner natürlichen Vielfalt hervor. Holz wird nach visuellen Aspekten sortiert. Das Qualitätsniveau des Holzes basiert auf dem Anteil an Brettern, die ast- und fehlerfrei sind. Auch Quebeker Holz wird nach diesen Maßstäben bewertet, hat aber darüber hinaus einen unschlagbaren Vorteil gegenüber anderen Hölzern. Es ist dichter, da es in einem sehr kalten Klima gewachsen ist. Nach den Fällen werden die Bäume von Quebeker Fachleuten verarbeitet, die ihr Handwerk über Generationen weiterentwickelt und verbessert haben. Ihre Expertise gründet sich nicht nur auf jahrelange Tradition, sondern auch auf modernste Verarbeitung und Trocknungstechniken. Erneuerbar, schön und dauerhaft sind die Wälder Quebecks die Quelle des besten Materials der Erde. Diese Informationen werden Ihnen vom Quebec Wood Export Bureau präsentiert. Ihr Ansprechpartner für Holzprodukte aus Quebec.